Das Gebäude in der Rochlitzer Seminarstraße 4, hier wo jahrzehntelang die Listgesellschaft für Verkehrswesen und ingenieurtechnische Dienstleistungen MbH untergebracht war, wird seit Anfang Juli rückgebaut. Bis September sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Das mehrstöckige Haus wird gerade entkernt. Anschließend kommt der Bagger zum Einsatz. Die List zog im Dezember 2017 in ihr neues Domizil nach Heinischen.